Dann sprechen wir mit Thorsten Herbst, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der FDP, Wahlkreis Dresden 1. Hallo Herr Herbst. Schönen guten Tag. Herr Herbst, wie gefährlich für die Demokratie war dieses Treffen von Rechtsextremen, Unternehmern, Juristen und PolitikerInnen, wenn offenbar über eine Veränderung der Demokratie, wie wir sie kennen, gesprochen wurde? Sie sagen, erschreckend sei das Ganze. Ist das das richtige Adjektiv für das, was da offenbar geplant wurde? Ja, ich finde, die Dimension ist erschreckend. Nicht, dass es diese Kontakte gibt, das wissen wir ja bereits länger und damit kokettiert ja auch die AfD. Aber das zeigt eben auch, dass diese Partei keine normale Partei des demokratischen Spektrums ist, sondern dass man in der Tat in Anlehnung an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte die Deportation von Menschen plant. Und das stellt sich gegen alles, was unser freiheitlich-demokratisches System ausmacht. Und deshalb muss man genau hinschauen, was da passiert. Herr Herbst, wir haben ja mit Konstantin von Notz von den Grünen schon intensiv auch über die AfD gesprochen, die sie eben angesprochen haben. Dazu kamen ja aber offenbar bei diesem Treffen auch zwei Mitglieder der CDU, Simone Baum und Michaela Schneider. Beide Mitglieder der sogenannten Werteunion, die sich als Basisbewegung innerhalb der Union sieht, auch wenn die Union CDU-CSU sie nicht anerkennt. Aber Michaela Schneider ist auch in der Mittelstandsunion und die ist klarer Teil der CDU. Was erwarten Sie jetzt von der CDU? Ich erwarte, dass die CDU intern dazu Klarstellung bezieht. Denn es ist eigentlich absurd, dass ein Mitglied einer Partei, die am Ende an Landesregierungen beteiligt ist, ja in NRW auch regiert und im Bund auch gern wieder regieren möchte, dass die keine klare Trennlinie zu offensichtlichen Rechtsextremisten zieht. Und die CDU sollte das ja klarstellen, dass sie sich von diesen Mitgliedern distanzieren und auch überlegen, ob man entsprechende disziplinarische Maßnahmen unternimmt. Wie müssten die aussehen aus Ihrer Sicht? Ja, das Parteischiedsgericht sieht ja verschiedene Möglichkeiten vor, was man da tun kann. Aber ich will jetzt der CDU keine Ratschläge geben, was sie zu tun haben und auch was dort rechtlich möglich ist. Das muss die CDU selbst entscheiden. Aber es einfach zu akzeptieren, dass ihre Mitglieder noch zum Teil in führenden Funktionen an solchen Treffen teilnehmen, das finde ich schon auch erschreckend. Carsten Linnemann, der Generalsekretär der CDU, der hat bei uns heute bei Phoenix gesagt, man wird dann auch hart reagieren. Das haben Sie ja auch gefordert. Aber nochmal die Frage an Sie, was bedeutet das, wenn innerhalb der CDU einer ja doch, das kann man glaube ich klar sagen, in der Mitte der Gesellschaft stark verankerten Partei offenbar es hier Mitglieder gibt, die bei so einem Treffen dabei sind, das offenbar auch zum Ziel hat, die Demokratie per se zu verändern. Also ich glaube, man darf es nicht auf die CDU als Ganzes beziehen. Das wäre jetzt die Teilnahme von zwei Personen jetzt nicht der Maßstab, wo ich sagen würde, die CDU liebäugelt genau mit diesen Rechtsextremen. Aber bei diesen beiden Personen muss man genau hinschauen. Und das Parteiordnungsrecht, je nach Partei, gibt unterschiedliche Möglichkeiten, von einer Rüge über die Nichtbekleidung von Wahlämtern bis zum Ausschlussverfahren. Und aus meiner Sicht hängt es auch davon ab, wie diese beiden Personen jetzt reagieren. Wenn Sie beispielsweise sich zu diesem Treffen bekennen, was dort besprochen wird, dann ist für mich völlig klar, dass auch diese Personen, obwohl sie CDU-Mitglieder sind, nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. So, Herr Habs, jetzt haben Sie ja einen kurzen Draht zur Bundesregierung, denn Sie sind Teil der Bundesregierung. Was muss die Regierung tun? Oder ist das etwas, wo Sie sagen aus Ihrer Sicht, nein, da sind andere gefragt, nicht die Regierung? Ich denke, es ist richtig, dass die Verfassungsschutzbehörden genau hinschauen bei der AfD. Es ist immer wieder die Frage, ist ein Verbotsverfahren zum jetzigen Zeitpunkt gerechtfertigt? Ich finde, es muss sauber juristisch beurteilt werden. Das ist keine Frage der politischen Diskussion, sondern die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren, die liegen sehr hoch. Es muss eine Partei sein, die ganz klar gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Das würde ich sagen, ist in Teilen bei der AfD gewährleistet. Aber auch so eine Partei muss in der Lage sein, die demokratische Ordnung zu stürzen. Und da mache ich ein Fragezeichen dran. Wir haben ja damals auch gesehen, dass das NPD-Verbotsverfahren gescheitert ist. Und wir sollten keine Verfahren anstrengen, die am Ende zu einem Scheitern führen, am Ende die AfD auch nach Adeln. Sondern ich finde, das, was die Verfassungsschutzbehörden machen, genau hinzuschauen, auf die Landesverbände und auf das, was die Führungskräfte der AfD machen, das ist genau das Richtige. Herr Habst, Ihr Wahlkreis ist ja in Dresden, also in Sachsen. In diesem Jahr sind auch Wahlen in Ostdeutschland. Wie tief verwurzelt ist das, was da in Potsdam diskutiert wurde unter Rechtsextremen und MultiplikatorInnen und PolitikerInnen tatsächlich auch in der Gesellschaft in Deutschland insgesamt aus Ihrer Sicht, aber in Ostdeutschland ganz explizit? Also die Deportation deutscher Staatsbürger ist nicht in breiten gesellschaftlichen Schichten verankert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich würde auch sagen, auch in weiten Teilen der AfD-Wählerschaft ist das keine Vorstellung, was deren Wähler unterschreiben würden. Aber jedem Wähler muss klar sein, wer für die AfD stimmt, stimmt eben auch für solche Meinungen, stimmt für solche Positionen. Es gibt keine klare Abgrenzung der AfD gegenüber Rechtsextremisten. Und das bedeutet eben, dass die verfassungsfeindlichen Tendenzen offenbar sind. Und man muss dagegen vorgehen. Man muss genau beobachten. Und im Zweifelsfall eben die Verfassungsschutzbehörden dann auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Thorsten Herbst, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der FDP. Vielen Dank Ihnen hier für Ihre Einschätzungen hier bei Phoenix. Sehr gern.